Seit Mittwoch ist die letzte Folge der ersten Staffel Das Buch von Boba Fett erschienen. Aber Disney denkt gar nicht daran, mit dem Release weiterer Star Wars-Serien aufzuhören. Am Dienstag kündigte Disney mit einem brandneuen Poster den offiziellen Startermin der Obi-Wan-Kenobi-Serie an und lüftete damit ein seit Monaten gut gehütetes Geheimnis. Denn die Spekulationen zum Serienstart dauern schon einige Zeit an und wurden in den letzten Tagen durch einen Leak auch noch verschärft. Ende Mai soll es also soweit sein und nach der eher gemischt aufgenommenen Boba Fett-Serie sind die Erwartungen entsprechend hoch. Das scheint auch bei Schauspieler und Hauptdarsteller Ewan McGregor der Fall zu sein, denn der 50-Jährige sprach in einem Interview mit Forbes nach über 15 Jahren über seine Rückkehr in die Jedi-Rolle. Demnach habe er es geliebt, die Rolle wieder zu spielen. Zudem soll es auch ein Wiedersehen mit Darth Vader-Schauspieler Hayden Christensen geben und eine Lücke aus den Filmen füllen. Das Publikum soll endlich erfahren, was er zwischen die Rache der Sith und eine neue Hoffnung gemacht hat. McGregor ist auch vollen Lobnis für Regisseurin Deborah Chow und meint, sie kennen die Welt von Star Wars in- und auswendig. Er sei außerdem der Überzeugung, dass die Fans mit dem Ergebnis zufrieden sein werden. Ganz schön hochtrabende Worte von McGregor, der keine Anstalten macht, die Erwartungshaltung der Fans nach unten zu korrigieren. Wie genau die Serie dann aussieht und vor allem, welche konkrete Rolle Anakin Skywalker alias Darth Vader spielen wird, könnt ihr ab dem 25. Mai 2022 bei Disney Plus herausfinden. Einen ersten Vorgeschmack könnte es übrigens beim kommenden Super Bowl geben, denn da erwarten viele einen ersten Trailer. Zeitlich würde es zumindest gut passen. Mit seinem einzigartigen Animationsfilm und den verrückten Universumsspielereien spielte sich Spider-Man A New Universe 2018 in die Herzen der Fans. Der Realfilmableger No Way Home sorgte mit seiner ebenfalls einzigartigen Multiversumsmachart auch für einen riesigen Erfolg. Deshalb ist es nicht selten der Fall, dass beide Filme mit einem Crossover in Verbindung gebracht werden. Diese Spekulation heizt A New Universe Produzent Chris Miller nun selbst an, denn der 46-Jährige äußerte sich jüngst gemeinsam mit seinem Kollegen Phil Lord im Happy Sad Confused Podcast über ein MCU Crossover. Ihrer Aussage nach sei das Multiversum groß und breit angelegt und wächst ständig. Weshalb sollte man also nicht über einen Zusammenhang sprechen dürfen, fragte Miller. Weder bestätigten noch leugneten sie das Spider-Man Crossover, aber es ist auch nicht das erste Mal, dass sie durch Aussagen dazu Aufmerksamkeit erlangten. Wir freuen uns so oder so auf den kommenden Spider-Man A New Universe 2, der am 13. Oktober 2022 erscheinen soll. Seit Anfang des Jahres läuft der insgesamt fünfte Teil der kultigen Slasher-Reihe Scream in den Kinos. Mit einem bisherigen Einspielergebnis von knapp 110 Millionen US-Dollar hat die Neuauflage trotz Pandemie 10 Millionen US-Dollar mehr eingespielt als der vorherige Film Scream 4. Das ist offensichtlich Grund genug für die Verantwortlichen weiterzumachen, denn Spyglass und Paramount Pictures ließen verlauten, dass man den Fans für den Erfolg unendlich dankbar sei und es kaum erwarten könne, was man noch für das Franchise bereithalte. Die kreativen Köpfe hinter dem Film mit dem simplen Titel Scream gehören zum Kollektiv-Radio Silence. Das besteht aus dem Regisseurs-Duo Matt Bertinelli-Olpin und Tyler Gillett, dem Produzenten Chad Villella und den beiden Autoren James Vanderbilt und Guy Busiek. Scream ist dabei nicht ihr erster Streich im Bereich des Horror-Genres, denn sie konnten bereits mit VHS und Ready or Not für gewisse Erfolge sorgen. Die Dreharbeiten des Scream-Nachfolgers sollen im kommenden Sommer starten, weshalb ein Release im Laufe des kommenden Jahres realistisch erscheint. Fans der Reihe haben unterdessen noch in vielen Teilen der Welt die Möglichkeit, sich den aktuellen Erfolgshit in ihrem örtlichen Kino anzuschauen. Es ist kein Geheimnis, dass viele Verleiher und Filmstudios mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen haben und durch diverse Unterbrechungen und Ausfälle durchaus auch ihr Budget nach oben schrauben müssen. Auch bei Mission Impossible 7 scheint das der Fall gewesen zu sein, denn das Budget des Action-Blockbusters wurde jüngst bekannt. Den Berichten nach liegt das bisherige Budget bei stolzen 290 Millionen US-Dollar und somit knapp 110 Millionen über dem des Vorgängers Mission Impossible Fallout. Das besonders Bemerkenswerte ist die Tatsache, dass hierbei noch nicht einmal die Marketingkosten in dieser Aufstellung verrechnet sind. Da scheint es auf jeden Fall einiges an Kosten zu geben, die man natürlich mit einem erfolgreichen Kinostart im nächsten Jahr wieder reinholen möchte. Der Grund für die immens hohen Kosten könnte viele überraschen, denn die Pandemie trägt zwar durchaus eine Schuld, vor allem aber auch selbst auferlegte Zusatzmaßnahmen. Die Dreharbeiten zu Mission Impossible 7 zählen zu den strengsten in Hollywood. Besondere Aufmerksamkeit erlangte diese, als Tom Cruise durch einen Leak vom Set dabei gezeigt wurde, wie er einen Mitarbeiter ohne Maske angeschrien hat. Auch die Internationalität des Sets wird eine große Rolle spielen, denn in vielen Teilen der Welt gelten unterschiedliche Regeln und Auflagen und das macht sich nun eben im Budget bemerkbar. Um einen akzeptablen Erfolg zu feuern, müsste sich der Film beim Einspielergebnis demnach stark an der 1-Milliarde-Dollar-Marke orientieren. Es wäre dann allerdings der erste Film der Reihe überhaupt, der das geschafft hätte. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns trotz der Verschiebungen auf das Release von Mission Impossible 7 am 13. Juli 2023. Nicht nur die Sportwelt blickt gespannt auf den kommenden Super Bowl, denn auch Film- und Serienfans werden den ein oder anderen exklusiven Trailer erstmals bei diesem Sportereignis sehen können. Bei Amazons Der Herr-der-Ringe-Serie steht das im Gegensatz zu vielen anderen Premieren sogar schon offiziell fest, denn der Streaming-Riese selbst war es, der die frohe Botschaft verkündete. Das dürfte die entsprechenden Fans natürlich freuen, schließlich war bisher nur ein kurzer Teaser zu sehen, der kein Filmmaterial, sondern nur die Enthüllung des offiziellen Serientitels beinhaltete. Zusätzlich wurden jetzt erste Bilder veröffentlicht, die Eindrücke zu den neuen Schauspielern von Elrond und Galadriel sowie einiger neuer für die Serie entwickelter Charaktere zeigen. Des Weiteren gibt es noch einige Behind-the-Scenes-Bilder, die auf jeden Fall Lust auf mehr machen. Schaut euch gerne unsere News von vergangener Woche an, wenn ihr mehr zu potenziellen Trailern beim kommenden Super Bowl wissen wollt. Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht erscheint am 2. September 2022 exklusiv bei Amazon Prime Video. Nicht nur das Marvel-Universum scheint unaufhörlich zu wachsen, sondern auch Sony hat mit Venom Let There Be Carnage und dem Ende März erscheinenden Morbius wichtige Schritte in Richtung eigenes Universum unternommen. Gestartet wurde das SSU, also das Sony-Spider-Man-Universum, durch die beiden Venom-Filme. Nun soll eine neue Figur die Bühne betreten. Wie bekannt gegeben wurde, hat man endlich eine Hauptdarstellerin für Sonys Madam Web gefunden, und zwar keine geringere als Fifty Shades of Grey-Schauspielerin Dakota Johnson. Für sie ist das die verdiente Rückkehr auf die große Bühne, denn nach dem Erfolg von Fifty Shades of Grey spielte sie in den vergangenen Jahren nicht mehr in den A-List-Filmen mit. Ihre Figur Cassandra Webb, auch unter ihrem Namen Madam Web bekannt, ist bereits seit über 40 Jahren Teil des Spider-Man-Universums und hat ihren ersten Auftritt in den Comics als alte Frau mit einer Muskelschwäche. Ihre körperlichen Einschränkungen kompensiert sie durch ihren brillanten Verstand, der ihr sogar telepathische Fähigkeiten verleiht. Außerdem kann sie in die Zukunft blicken, was definitiv eine der mächtigeren Superkräfte ist. Da die 32-jährige Dakota Johnson nun nicht für ihre Paradrollen als alte Frau bekannt ist, gehen wir beim neuen Madam Web-Projekt von einer Origin-Story über die Superheldin aus. Die Verantwortlichen hinter dem Kinofilm sind die Morbius-Drehbuchautoren Mads Asama und Burke Sharpless, die die Vorlage für Jessica-Jones-Regisseurin S.J. Clarkson geschrieben haben. Ein offizieller Kinostart für Sonys Madam Web ist derzeit leider noch nicht bekannt. Nachdem vor kurzem die diesjährige Verleihung der Golden Globes stattfand, ist bald die wichtigste Filmtrophäe Hollywoods zu ergattern. Der weltberühmte Oscar. Die sogenannten Academy Awards, die dieses Jahr zum 94. Mal stattfinden, rücken wieder eine große Anzahl aktueller Filme in den Fokus. Mit zwölf Nominierungen führt das Filmdrama The Power of the Doctors Ranking an, was natürlich vor allem Netflix und Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch freuen dürfte. Deutlich überraschender sind die Nominierungen für den japanischen Film Drive My Car, der nicht nur als bester Film und bester internationaler Film, sondern auch für das beste Drehbuch nominiert ist. Ebenfalls oben mit dabei ist Danny Vilnavs Dune, der mit zehn Nominierungen erwartungsgemäß hoch platziert ist. Außer Benedict Cumberbatch sind Will Smith für King Richard, Javier Bardem für Being the Ricardos, Denzel Washington für The Tragedy of Macbeth und Andrew Garfield für Tick-Tick-Boom als bester Hauptdarsteller nominiert. Auf weiblicher Seite kämpfen Jessica Chastain für The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman für The Lost Daughter, Kristen Stewart für Spencer, Nicole Kidman für Being the Ricardos und Penelope Cruz für Parallel Mothers um die Goldene Trophäe. Auch Hans Zimmer ist wie bei den Golden Globes auf musikalischer Seite für seine Filmmusik zu Dune im Rennen. Chancen auf die wichtigste Trophäe für den besten Film haben nicht nur die eben genannten The Power of the Dog, Dune und Drive My Car, sondern auch West Side Story, Don't Look Up, Licorice Pizza, Belfast, Coda und King Richard. Der Zeitpunkt der Verleihung ist der 27. März 2022 im Dolby Theater in Los Angeles. Wenn euch unsere News zu Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht gefallen hat und ihr den Trailer beim Super Bowl kaum erwarten könnt, empfehlen wir euch unser neuestes Kinocheck Original zu der Serie. Außerdem erwartet euch auf unserem Kanal der erste Trailer zum heiß erwarteten Jurassic World 3. Ein absolutes Muss für jeden Kino-Fan. !